und damit halli hallo und herzlich willkommen hier auf pnv simulation ich bin's der bio freue mich dass ihr einschaltet wir haben neues formen ja düsseldorf da gab es eine interessante frage die neue tatra von kartoffel phantom und der leitstellensimulator kommt relativ gut an das alles und mehr erfahrt ihr jetzt hier in den news und damit sind wir auch schon direkt beim leitstellensimulator dieser ist ja jetzt erschienen am freitag den 13 ist das ganze online gegangen ab 15 uhr und wir haben natürlich da gleich mal vorab schon mal so ein kleines video von gemacht und natürlich den live stream dazu präsentiert wir müssen sagen es ist super es macht echt spaß die erste folge allerdings war sehr chaotisch wer natürlich den live stream gesehen hat von uns war natürlich sehr chaotisch da muss man erst mal ein system reinbringen und man muss natürlich auch noch dazu sagen das ganze ist natürlich eine beta also es sind viele viele bugs noch vorhanden auch wurde mir noch nachgetragen dass hier noch kosten entstanden sind die eigentlich nicht wo man nicht wusste wo diese kosten halt her kam also also was das wurde gefixt und wird gefixt in der nächsten zeit deswegen ist ja eine beta da der final release ist ja denn nun im jahre 2020 also da sollten denn die gröbsten fehler denn so weit alle raus sein wir müssen hier aber mal anmerken dass wir das extremst gut finden dass der entwickler selbst dann halt einfach mal auf uns zukommen und fragt na was würdet ihr besser machen wo sieht ihr noch schwachstellen und sind euch noch irgendwelche fehler aufgefallen und das einfach mal so während der leitstand fahrt da werden sich notizen gemacht und so stellt man sich doch eine entwicklung mit der community vor muss man wirklich sagen dickes dickes daumen nach oben dafür also wenn das ganze so weitergeht dann erwartet uns hier mit dem leitstand simulator genau das gleiche wie mit dem busbetriebs simulator 1 und 1 also astreiner dlc für um sie zwei kommen wir zum nächsten thema da haben wir ein addon breiten eastburn und seaford ein addon für trains im world 2020 ihre aufgabe ist es fahrgäste und güter über die südküste englands und in die ältesten küstenstadt des landes mit bahnverkehr breiten zu transportieren bewältigen sie die komplexen aufgaben beim betrieb einer modernen eisenbahn mit abgelegenen bahnhöfen an denen die fahrpläne genau eingehalten werden so dass alle züge pünktlich abwahren egal ob sie selbst fahren passagiere sind oder nur beobachten sie werden die hochmoderne eisenbahn hautnah erleben das ganze ist am 12 dezember 2019 erschienen kostet 29 99 und natürlich train sim world 2020 braucht ihr dazu am gleichen tag ist dann auch eine neue strecke für den train simulator erschienen und zwar die norddeutsche bahn kiel lübeck mit der 80 kilometer langen eisenbahnstrecke kiel lübeck erleben sie in train simulator schleswig holstein von seiner schönsten seite an bord von hart arbeitenden zügen wie der db br 648 und der db br 218 diesel lokomotive die fahrgäste über atemberaubende aussichten und durch das herz von bewaldeten ebnen führt auch dieser ist am 12 dezember erschienen 2019 und kostet auch 29 euro 99 ja muss ich drecke natürlich bereits angeguckt findet ihr natürlich bei uns in der playlist vom train simulator und wir müssen sagen das was wir auf jeden fall da schon gesehen haben sieht auf jeden fall sehr sehr spannend aus kartoffel phantom baut an einer tatra das ist nicht ganz unbekannt für den lotus simulator allerdings hat er jetzt noch mal ich glaube es war zum nikolaus die bombe platzen lassen und zwar hat er nämlich noch eine weitere tatra vorgestellt und zwar den t6 a2 inklusive beiwagen also er bastet nicht nur an den kt 4d der bereits das schon für um den für lotus erhältlich ist durch blv der das ganze natürlich von onsea halt in lotus konvertiert hat hier findet ein kompletter neubau statt hier wird alles noch mal komplett überarbeitet und wie gesagt halt jetzt nicht nur der kt 4d sondern jetzt auch der t6 a2 wie gesagt inklusive beiwagen wir freuen uns sehr drauf denn dieser typ ist mein absolut absoluter favorit von straßenbahnen damals wie gesagt weiß ich noch jeden tag mit gefahren die soundkulisse dieses ganze rumpeln in der straßenbahn dieses ganze feeling in der straßenbahn das war einfach atemberaum gewesen und ich hoffe dass man das in lotus gut umsetzen kann man ist natürlich man weiß natürlich wo das herkommt von kartoffel phantom da weiß man man muss leider sagen schon sehr sehr großmeister da drin so was halt perfekt umzusetzen und das hat er jetzt nicht nur in omsea bewiesen sondern das würde er jetzt hier auch in lotus halt beweisen denn das ganze was man halt so sieht seine ganze fortschritt wie die straßenbahn entstanden ist schritt für schritt merkt man halt wirklich dass er mit viel liebe zum detail gearbeitet wird also hier muss man wirklich sagen freuen uns sehr drauf und hoffen dass wir nicht allzu lange warten müssen denn das was wir ja hier schon mal sehen sieht schon nach einem sehr sehr weiten fortschritt aus jetzt ist natürlich die frage wie sieht es mit dem scripting aus und wie sieht es natürlich soundtechnik aus und so weiter und so fort also hier müssen wir uns noch ein bisschen gedulden aber ich denke mal so 2020 release dürfte eigentlich nicht allzu schwer werden dann gibt es was neues vom bus simulator für die playstation 4 und der xbox one ja der erste dlc wurde jetzt nun offiziell angekündigt und dabei handelt es sich laut plan werden wir ab mitte januar neben dem nächsten großen update auch die ersten interior dlcs für den bus simulator für ps4 und der xbox one bereitstellen weitere dlcs wie bus packs und die bereits angekündigten kartenerweiterung folgen dann stück für stück als kleinen vorgeschmack zeigen wir euch hier mal eine kleine vorschau der kommenden in raum ausstattung für eure emma in lion's cities busse wir hoffen ihr freut euch genauso auf die neuen dlcs wie wir das bedeutet eigentlich das gröbste mit dem bus simulator ist soweit abgeschlossen man hat ja gesagt hat man möchte erstmal dass der bus simulator rund läuft bevor jetzt irgendwelche dlcs veröffentlicht werden könnte man jetzt hier davon ausgehen dass es jetzt soweit ist es ist soweit also man muss jetzt hier keine sorgen mehr machen dass der bus simulator immer noch instabil läuft wie zum release also hat man das ganze jetzt so ein bisschen in den griff bekommen und dementsprechend erscheinen jetzt so stück für stück jetzt im jahre 2020 die dlcs für den bus simulator und das wäre eigentlich eine ganz coole sache halten euch natürlich auf dem laufenden wann genau das sein sollte aber wie gesagt so einen groben zeitraum der wie mitte januar ist aktuell noch nicht rauszufinden wir werden mal den entwickler mal gucken dass wir mal direkt mal anschreiben werden und zu guter letzt haben wir was neues von düsseldorf hat ein bild bereitgestellt von einem bus der in düsseldorf enthalten sein soll und so wie das ganze doch schon ausschaut sieht es doch eigentlich noch einen relativ hübschen modell aus auch war noch mal eine frage gewesen die ich persönlich sehr interessant finde und vielleicht könntet ihr sogar mal denn auch das ganze mal hier beantworten könnte man ja vielleicht mal projekt glattbeck dann einfach mal sagen hier passt mal auf so hat zum beispiel unsere community gestimmt oder sowas es kam nämlich die frage von boi glattbeck direkt was ist euch lieber release düsseldorf ohne bus der bus wird dann nachgereicht als update dafür könnten wir das dlc kurzfristig auf den markt bringen oder lieber noch warten bis der bus fertig ist und dafür ein release im jahr 2020 also hier fragte der entwickler aber jetzt mit brechen und würgeln versuchte diesen dlc jetzt noch im jahr 2020 noch mitzunehmen wie gesagt kurz vor weihnachten wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt das ganze eventuell noch auf den markt zu bringen um das weihnachtsgeschäft eventuell noch mitzunehmen andererseits ist das dlc noch nicht fertig denn der bus ist halt noch nicht so weit also hier fragt man jetzt so dementsprechend möchte man jetzt ein dlc ohne bus weil es gibt ja eigentlich in der regel genug busse oder möchte man lieber ein komplettes haben so dass man sagt so ne also ohne bus geht gar nicht wie würdet ihr jetzt so stimmen schreibt doch doch ganze mal so in die kommentare postet mal ja oder postet mal hashtag a für ein release ohne bus oder hashtag b release mit bus also das ganze ist halt ein sehr interessanter interessante frage weil so könnte man halt wirklich noch versuchen wie gesagt das ganze jetzt noch auf dem markt rauszuhauen ist es vielleicht übereilt weil es hieß noch vor eine woche man muss noch ein bisschen was daran arbeiten an die karte ist noch nicht fertig da sind noch viele viele leerstellen und der bus ist halt noch nicht fertig jetzt ist man schon so weit dass man sagen kann ja die karte ist tatsächlich schon so weit dass man sie veröffentlichen könnte aber der bus halt noch nicht also das sind so so sachen die persönlich ich noch nicht ganz so verstanden habe wie wie das zustande kommt innerhalb von einer woche kann man zwar einiges erreichen wenn man natürlich 24 7 arbeitet aber ich weiß nicht also für mich wäre wahrscheinlich der release mit bus eigentlich ich glaube ein runderes paket was man denn zum beispiel sagen könnte okay da lohnt sich denn halt diese 20 25 euro oder was auch immer düsseldorf kosten soll ja dann kann man da vielleicht so sagen so okay so ist es denn halt ne ich weiß ich könnte mir halt gut vorstellen dass es genug kritiker gibt die dann nachher sagen so 25 euro für eine karte ohne bus ich glaube der schuss geht es eigentlich meiner meinung nach sehr sehr schnell nach hinten los weil nicht jeder ist auf facebook unterwegs oder nicht jeder beließt sich nicht jeder guckt ihr die news oder sowas also die sehen dann halt bloß das rundum paket düsseldorf ist erschienen ohne bus was denn da los weiß ich nicht ob man jetzt in den dc als early access jetzt so und dementsprechend verkaufen könnte ich meine läuft bei lotus ja aktuell nicht anders mit tram münchen deswegen schreibt es doch mal in die kommentare postet doch mal eure meinung dazu das würde mich persönlich mal sehr interessieren und wahrscheinlich den entwickler hat auch deswegen nutzt da unten das ganze schreibgedönsel zeugs dafür ist es ja da damit ihr eure meinung teilen könnt und das war es dann auch schon wieder von den news hier für diese woche dritter advent leute ja die eigentlich wollte ich ein live zu machen hat nicht geklappt also die weihnachtsfeier hat doch ein bisschen länger gedauert als ich gedacht hatte deswegen haben wir das ganze noch so ein bisschen im abschluss einfach noch so ein bisschen rum getüftelt an dem ganzen ich würde natürlich mit eurer familie ach so eins habe ich noch allerdings gibt es da noch nichts groß zu sehen denn es gibt heute für lotus besitzer hat eine kleine überraschung von meiner seite noch zum ende des jahres also ein frühes vorweihnachtsgeschenk könnte man sagen ist nichts groß weltbewegendes ist was kleines feines werde ich heute noch im lauf des tages veröffentlichen ja falls ihr kartenersteller seit kartenbauer seit dann guckt doch mal vorbei ob euch das eine vielleicht interessiert wenn ich mal ganz kurz gucken könnte dann kann ich euch da vielleicht mal schnell mal noch ein bild zu zeigen damit ihr eventuell wisst um was ist hier im großen und ganzen geht ich hoffe das funktioniert ihr seht es halt schon im hintergrund ich muss das ganze nur müssen anpassen das natürlich jetzt nicht vorbereitet ihr merkt selber haben wir hier so kleine weihnachtsmarkthäuschen gebaut damit ihr auf euren karten eventuell noch so kleine weihnachtsmärkte denn zum beispiel platzieren können wie gesagt zu weihnachten an sich machts keinen sinn mehr weil weihnachten dann zu ende ist deswegen vielleicht in vor weihnachtszeit eventuell noch so schnell mitnehmen wie gesagt deswegen das ist unser kleines abschiedgeschenk hier vom jahre 2019 hier für den lotus simulator ist zwar jetzt kein highlight aber ich denke man dekoriert die karte doch noch ein bisschen hübscher so und jetzt wünsche ich euch wie gesagt frohes knabbern pro dritten advent und wir sehen uns dann hoffentlich zum nächsten part hier wieder ich verabschiede mich bedanke mich und sage tschüss bis zum nächsten part hier wieder